Die Revision des Ergänzungsleistungsgesetzes 2021 wird einige Änderungen mit sich bringen. Da ein grosser Teil der vorbeiständigen Personen auch ein Anrecht auf Ergänzungsleistungen hat, werden sich unsere Beiständinnen und Beistände mit dieser Revision auseinandersetzen müssen. Um Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Änderungen zu geben, konnte Martin Bolzhauser für das Interview gewinnen. Er ist Anwalt und Leiter des Rechtsdienstes der ProCAP Schweiz. Die beiden Revisorinnen der Revision des Birsthals, Frau Desiree Riedau und Frau Yvonne Wickhardt. Die Ergänzungsleistungen werden auf 1. Januar 2021 revidiert. Was sind denn überhaupt Ergänzungsleistungen? Ergänzungsleistungen sind Leistungen der sogenannten ersten Säule. Wir haben in der Schweiz ja drei Säule-Systeme. Die AHV und die IV plus die Ergänzungsleistung in der ersten Säule, die Pensionskasse in der zweiten Säule und die dritte Säule, wo man selber Vorsorge treiben kann. Die Ergänzungsleistungen sind enorm wichtig, denn sie dient die Existenzsicherung von Menschen mit IV und AHV-Renten sicherstellen. Wie geht so eine Ergänzungsleistungsberechnung grundsätzlich? Das funktioniert ganz einfach nach dem sogenannten Budgetprinzip. Man stellt die Einnahmen und Ausgaben gegenüber und wenn die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, dann wird das pro Monat in Ergänzungsleistungen ausgerichtet. Was ist geregelt bei Ergänzungsleistungen? Wenn man Ergänzungsleistungen bezieht, bekommt man die Miete bezahlt bis zu einem gewissen Betrag, man bekommt die Krankenkasse bezahlt, man bekommt den Betrag für den Lebensbedarf. Auf der einen Seite bei den Ausgaben und bei den Einnahmen werden Erwerbssinn kommen, wenn man noch eines kann, Rentenleistungen, also AHV- und IV-Leistungen angerechnet. Und, das ist ganz etwas Wichtiges, Vermögenswert werden bei der Ergänzungsleistung auch angerechnet. Zusätzlich zu diesen ordentlichen Ergänzungsleistungsberechnungen kann man auch noch die Krankenkosten abrechnen, man bekommt die Franchise zurück, man bekommt den Selbstbehalt zurück und man bekommt zusätzliche Kosten, wie zum Beispiel die Zahnarztkosten, zurückerstattet. Jetzt, was ändert auf 1. Januar 2021? Die Erregelung, die jetzt neu kommt, ist gemacht worden, wie Ergänzungsleistungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer teurer geworden sind. Wir haben mehr Leute in der Schweiz, wir haben mehr ältere Leute, wir haben eine negative Pyramide, es gibt immer mehr ältere Leute, es gibt mehr Heimeintritte und so weiter. Und das hat Ergänzungsleistungen massiv in die Höhe getrieben. Dann versucht man mit dieser Revision ein bisschen entgegenzukommen. Unter anderem gibt es Neuerungen bei der Miete, man hat dort höhere Ansätze durchbekommen, es gibt Änderungen bei Vermögensverschiebungen, ganz etwas Wichtiges, es gibt Änderungen für Betreuungskosten für Kinder, es gibt Änderungen bei der sogenannten Vermögensschwelle. Neu kann man heute nur noch Ergänzungsleistungen überhaupt anmelden und beziehen, wenn man als Einzelperson nicht über 100'000 Franken Vermögen hat. Ist man geheiraten, wird die Vermögensschwelle auf 200'000 Franken erhöht. Wie ist denn das zukünftige Vorgehen, wenn jetzt etwa im Januar 2021 Einzelperson ein Vermögen über 100'000 hat und im Februar fallen die Schwelle unter 100'000? Das ist jetzt etwas Neues. Bis jetzt hat man im Ergänzungsleistungsgesetz immer nur sogenannte Jahresabrechnungen gehabt. Also man hat auf 1. Januar des Jahres geschaut, wie viele Vermögen es gibt und erst am 1. Januar im Jahr darauf wieder das Vermögen angeschaut. Selbverstandlich war es mir bereits heute meldenpflichtig, wenn es eine Vermögensverschiebung gibt, wenn man Vermögen bekommen hat, eine Erbschaft bekommen hat usw. mussten wir das melden. Neu ist mit dieser Vermögensschwelle jetzt eigentlich eine Monatsrechnung notwendig. Das heisst, man muss jeden Monat schauen. Und in diesem Beispiel heisst das, im Januar kriegt man keine Ergänzungsleistung und wenn man im Februar unter die 100'000 hat, dann werden die Ergänzungsleistungen wieder angemeldet werden. Das heisst, man muss jeden Monat immer ein bisschen schauen, wie sich die Vermögen entwickeln, dass man nicht verpasst, anzumelden. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis für Beistände. Jetzt kommt der nächste Punkt, der in diesem Ergänzungsleistungsgesetz wichtig ist, das ist der Vermögensverzehr und das ist etwas, wo bei vielen Leuten völlig missverstanden wird. Also man hat Vermögen und ist vielleicht gar noch nicht Ergänzungsleistungsbesitzer und tut das Vermögen verschieben oder tut das Vermögen verbrauchen, kommt später erst in der Ergänzungsleistung und denkt, das geht ja die Behörde schlicht nicht an. Und das ist schon heute so gewesen, dass die Behörde sehr wohl etwas angeht und die Vermögensverschiebungen auch rückwirkend angeschaut werden. Neu gibt es eine ganz wichtige Vermögensverschiebung, vor allem für zukünftige ARV-Rentner, nämlich zehn Jahre vor dem ARV-Alter wird rückwirkend von der EEL bereits Vermögensverbrauch angeschaut. Also hat man das Vermögen, das man hatte, übermässig und vernünftig verbraucht oder nicht. Und das gilt für alle Leute, Männer ab 55, Frauen ab 54 in Zukunft. Heisst das also, dass ich zehn Jahre vor der Pension alle Belege aufbewahren muss, damit, falls ich einmal EEL beziehen müsste, meinen Verbrauch vom Vermögen belegen kann? Also ganz so schlimm ist es Gott sei Dank nicht. Also wenn man jetzt in der Migrosquote einen Ausgipfel holen muss, muss man selbstverständlich diesen Beleg nicht aufhalten, abgesehen davon, dass es in gewissen Läden gar keine Belege mehr gibt. Zweitens ist es auch so, wenn man Belege sammelt, dass man dann die zehn Jahre später vielleicht auch gar nicht mehr lesen kann, wie der Druck darauf schon verblichen ist, als eine kleinere, teiltägliche Ausgabe. Und so muss man nicht belegen. Aber wenn man grössere Ausgaben hat, Ausgaben, die nicht der Norm entsprechen, man macht teurere Ferien, man kauft etwas Teures oder verbraucht, dann ist empfehlenswert, man behält die Belege auf, dass man, wenn man einmal in der Ergänzungsleistung kommt, später einen Beleg hat, für was man das Geld gebraucht hat. Sonst geht die Ergänzungsleistung davon aus, dass man das Geld für etwas gebraucht hat, das man nicht belegen kann, und dann wird es als hypothetisches Vermögen in der Rechnung angerechnet. Und das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Der nächste Punkt ist Schenkungen und Vermögensverzicht. Also denken Sie, Sie haben ein Haus oder Sie haben Vermögen und sind 50, 55, haben Kinder und denke, ich gebe doch den Kindern einen gröberen, grösseren Betrag von diesem Vermögen, 100'000 Franken zum Beispiel. Und dann ist ja das in zehn Jahren verjährt. Das ist so ein Ammenmäher, wo man immer wieder hört, nach zehn Jahren ist die Geschichte erledigt. Das stimmt nicht. Das ist jetzt eine Regelung, die nicht aus dem Ergänzungsleistungsrevisionsrecht kommt, sondern das gibt es schon länger, aber ist sehr unbekannt. Viele Fragen, die im Moment am Procab gestellt werden, handeln genau um die sogenannte Vermögensverschiebung. Und da muss man aufpassen, wenn man das nicht richtig macht, wird einem das angerechnet. Dann kann es also sein, dass Kinder ihren Erbvorbezug wieder zurückerstatten müssen. Nein, zurückerstatten müssen sie es nicht. Also nehmen wir jetzt das Beispiel an, ich mache eine Zahl, man hat 500'000 Franken Vermögen und machte jetzt den Kindern einen Erbvorbezug. Gerade von diesen 500'000, dass das ein einfaches Beispiel ist. Und das war vor 30 Jahren als Beispiel. Und jetzt ist der EL-Bezüger, das ist der Mensch, der die 500'000 seiner Kinder gratis gegeben hat, wird jetzt heute EL-Bezüger. Jetzt berechnet die EL 30 Jahre zurück. Seit vor 30 Jahren gab es eine Vermögensverschiebung von 500'000 Franken. Hier davon werden pro Jahr 10'000 sogenannt amortisiert. Das tut man 30 Jahre an 10'000 abziehen. Dann haben wir noch ein Saldo von 200'000, das im heutigen Zeitpunkt als Vermögen noch angerechnet würde. Und das Vermögen, zum Beispiel bei einem AHV-Rentner, würde mit einem Zehntel oder wenn er im Heim ist, mit einem Fünftel angerechnet. Das wären also 20'000 oder 50'000 Franken, 40'000 Franken, Entschuldigung, die hier hypothetisch als Einkommen reinkommen könnte. Die Erben müssen das nicht zurückzahlen, aber die betroffene Person muss dann, wie sie viel zu wenig Geld hat, die EL um das gekürzt ist, auf die Sozialhilfe. Und die Sozialhilfe könnte unter Umständen, wenn das kantonale Gesetz das ermöglicht, dann auf die Kinder zurückgreifen, sofern sie noch Geld haben. Jetzt hätte ich da gerade aber noch eine Frage. Sie haben gesagt, den Vermögensverzicht oder Verzehr muss man neu belegen, die letzten zehn Jahre, bevor man eine EL bezieht. Ist man dann frei, was man alles kauft? Oder gibt es dann auch Einschränkungen? Kann ich, wenn ich es belegen kann, mir auch irgendein teures Luxus gut zulegen? Oder muss man da quasi eine Rechenschaft abgeben, was man das Geld dann wirklich ausgegeben hat und in welchem Rahmen? Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Ergänzungsleistung nicht derart ins persönliche Leben eingrifft, dass sie einem vorschreibt, was man muss kaufen oder was man nicht mehr kaufen darf, sondern man darf nach wie vor eigentlich das kaufen und sich leisten, was man sich bis jetzt auch leisten konnte. Die Ergänzungsleistung probiert, über den sogenannten Vermögensverbrauch dort einzugreifen, wo Vermögensverbrauch in einem übermässigen Umfang ist. Also wo man viel mehr Vermögen verbraucht, als man durchschnittlich früher noch verbraucht hat. Da gibt es dann komplizierte Berechnungen. Ich mache Ihnen ein Beispiel, das könnte vorkommen. Der Restaurantbesitzer, ist jetzt vielleicht in der Corona-Krise nicht ganz ein gutes Beispiel, wo das Restaurant übergeben möchte, wo funktioniert. Und seine Frau sagt, jetzt haben wir 30 Jahre keine Ferien machen können und jetzt machen wir sechs Monate Weltreise. Das hat jetzt durchschnittlich deutlich mehr Ausgaben für Ferien als in den letzten Jahren. Und das könnte theoretisch mit diesem Vermögensverbrauch in ein Anrechnungsproblem kommen. Gut, der nächste Punkt, der ändert, ist die Prämien-Situation. Ich habe eingangs einmal erwähnt, dass Krankenkassenprämien zahlt werden von den Ergänzungsleistungen und auch seit einigen Jahren auch so gezahlt werden, dass die Ergänzungsleistung die Prämien direkt an die Krankenkassen auszahlt. Das war ein ganz wichtiger Entscheid vor ein paar Jahren, wie wir ganz viele sogenannte Prämienausstände hatten bei Ergänzungsleistungsbezügen. Die haben also das Geld bekommen für die Prämien, haben aber das Geld anderweitig aufgebraucht und dann hat es Prämienausstände gegeben. Das kann heute nicht mehr passieren. Was aber gesehen ist im alten Recht oder jetzt noch gültigen Recht, dass man immer Durchschnittsprämien vom Kanton bekommen hat und unter Umständen billigere Prämien in seiner eigenen Krankenkasse gehabt hat und dann hat man von dieser Krankenkasse sogar noch etwas zurückbekommen. Das hat der Gesetzgeber unbillig gefunden und hat das korrigiert, sodass man heute höchstens Durchschnittsprämien bekommt oder die effektiv tieferen Prämien. Also da kann man nicht mehr beschissen, ist ja das nicht gewesen. Man hat einfach eine Gesetzeslucke ausgenutzt. Das wollte man besitigen. Dann besteht zukünftig aber ja kein Sparreiz mehr mit höheren Franchise oder mit einem speziellen Modell wie zum Beispiel Hausarzt oder Telmed. Nein, dieser Sparreiz besteht grundsätzlich nicht mehr, sondern am gescheitsten ist im Durchschnitt, es gibt immer Ausnahmen, dass man die tiefste Franchise nimmt, wie die Krankheitskosten ja dann gezahlt sind über die Krankheitskostenregelung und Ergänzungsleistung und Prämien ist auch gezahlt. Von daher lohnt sich das nicht mehr eindeutig. Der nächste Punkt ist Miete. Miete ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Ergänzungsleistung. Wir von ProCAP mit anderen Behindertenverbänden haben jahrelang dafür gekämpft, dass die Mietzuschüsse oder die Mietanrechnungen oder Ergänzungsleistungen gehen, dass die erhöht werden. Die sind seit weit über 15, 20 Jahren nicht der effektiven Teuerung bei den Mietern angepasst worden, was dazu geführt hat, dass ein Mensch mit Behinderung plus Ergänzungsleistungen in einem städtischen Gebiet sich eigentlich gar keine angemessene Wohnung mehr hätte leisten können. Die Miete sind es maximal, die man anrechnen konnte, das war früher noch 1100 Franken pro Monat, sind jetzt auf 1370 Franken für eine Einzelperson und entsprechend anpasst, wenn es mehrere Personen sind. Das ist eine ganz wichtige Errungenschaft. Gleichzeitig ist auch für die Menschen im Rollstuhl, die sogenannte Rollstuhlpauschale, von 300 auf 500 Franken hochgegangen. Und damit ist sie, ein Rollstuhlfahrer, sich in vielen Fällen mindestens wieder eine einigermassen adäquate Wohnungen leisten. Wie kann man denn nachschauen, welcher Miettarif das jetzt der richtige ist für meine Region? Das ist eine wichtige Frage, danke schön für die Frage. Das ist jetzt komplizierter als bisher, als wir die ganze Schweiz sind und jeder Kanton in drei sogenannte Mietzinsregionen aufteilt. Es gibt eine Mietzinsregion 1, 2 und 3 und der höchste Wert, den ich vorhin gesagt habe, gilt immer nur in der Mietzinsregion 1. Und jetzt muss man natürlich zuerst wissen, wo kann man da nachschauen. Und da gibt es eine Verordnung vom EDI, vom Eidgenössischen Departement vom Inneren, über die Zuteilung der Gemeinden in Mietzinsregionen, wo man nachschauen kann. Wenn man das nicht findet, kann man auf einer offiziellen Seite vom Bund schauen. Wir werden das bei Procap den Link aufschalten auf unserer Homepage, sodass man dort anklicken kann, seine Wohnort, seine Ortschaft, wo man wohnt, eingeben und dann weiss man, in welcher Region man wohnt. Jetzt gibt es noch eine Übergangsfrist bei diesen Ergänzungsleistungen. Eine dreijährige Übergangsfrist, das ist immer so, wenn ein Gesetz Neuerungen bringt, gibt es für Leute, die schlechter bedient sind durch die neue gesetzliche Regelung Übergangsfristen. Und da hat der Gesetzgeber eine dreijährige Übergangsfrist eingefeiert, wo man schaut, dass man muss jetzt auf 1. Januar bei allen Ergänzungsleistungsbezügen, das sind ein paar hunderttausend, eine Rechnung machen nach altem, jetzigem Recht und eine neue Rechnung machen ab 2021. Das wird die Behörden ziemlich fordern, das wird das Computersystem fordern, bis alle die Berechnungen da sind. Und dann macht man einen Vergleich und die Besserrechnung gilt. Wird die EL automatisch die Besserrechnung auszahlen oder muss ich als EL-Bezüger selber aktiv werden? Nein, da hat man es schön, da kann man die Füsse auf den Tisch legen und warten. Die Ergänzungsleistungen von Leuten, die jetzt Ergänzungsleistungen beziehen, werden automatisch in die Vergleichsrechnung gesteckt. Nicht gilt das für Leute, die ab 1. Januar eine Neuanmeldung machen, die müssen nach wie vor eine Neuanmeldung machen. Und ganz wichtig ist, es gibt auch Punkte, die man von sich aus ab 1. Januar neu anmelden muss. Es gibt zum Beispiel auch Betreuungskosten, externe Kinderbetreuungskosten, die neu im Gesetz sind, etwas sehr Kompliziertes. Und das muss man neu anmelden. Hier wird nicht automatisch eine Regelung gemacht. Aber die bisherigen Ergänzungsleistungsbezüger können warten und werden irgendwann im neuen Jahr die Neuverfügung bekommen. Der letzte Punkt, inhaltlich ist Rückerstattung aus dem Nachlass. Das ist eine Regelung, die sehr viele Leute aufgeschreckt hat, wie man eigentlich immer davon ausgeht, wenn es um Ergänzungsleistungen geht, das geht mich nicht an. Ich habe weder eine Einverrenten, noch bin ich schon im AHV-Alter und das interessiert mich nicht. Und wo die Leute gemerkt haben, dass alle Eltern, die sterben die einen Nachlass hinterlernen. Und wenn die Eltern, ich mache jetzt zum Beispiel die Eltern, die man hat, Geld hinterlernen und vor dem Tod die Ergänzungsleistungen bezogen haben, dann darf die Ergänzungsleistung aus dem Nachlass eine Rückforderung machen, im Maximum von den geleisteten Zahlungen. Das ist neu, das ist ein Durchbruch im Sozialversicherungsrecht. Das ist das erste Mal, seit Menschen gedenken, dass im Sozialversicherungsrecht ein Sozialversicherer eine Rückerstattung so machen darf. Das ist aber grundsätzlich gesetzgeberisch richtig. Wie lange haben die Erben die Zeit, um der Ergänzungsleistung das Geld zurückzuzahlen? Also grundsätzlich, wenn es richtig läuft, müssen die Erben nichts zurückzahlen, sondern die Erbschaft, der Erbmasse zahlt das zurück. Jetzt gehen wir davon raus, es ist ein Ergänzungsleistungsbezüger, der stirbt. Da muss man gegenüber dem Erbschaftsamt angeben, wie viele Konten der Erblasser hatte, wie viel Vermögen er über das Haus hat. dort steht natürlich auch, dass er Ergänzungsleistungen hatte, neben der IV- oder der AV-Rente. Und dann weiss das, die Ergänzungsleistung, und dann kann sie den Rückforderungsanspruch direkt beim Erbschaftsamt geltend machen. Schwieriger wird es werden, bei Leuten, die einmal Ergänzungsleistungen bezogen haben, aber im Todesfall nicht mehr bezüger waren von Ergänzungsleistungen. Dort wissen es die Erben unter Umständen gar nicht einmal. Und dort bin ich selber noch gespannt, wie die Kantone das dann umsetzen, ob es eine Meldepflicht gibt von den Erbschaftsämtern, ob man das sagen muss. Ich gehe davon aus, dass man gefragt wird, das Erben haben ihre Eltern oder der Erblasser in den letzten 10-20 Jahren einmal Ergänzungsleistungen erhalten. Das kann also heissen, wenn ich ein Haus erbe, dann erbe ich das nicht einfach so, dann muss ich das verkaufen und zurückzahlen. Jawohl, im Extremfall ist das so. Und man muss heute davon ausgehen, dass man ein bisschen davon abkehren muss, dass man ein Familienvermögen hat, das auf jeden Fall seine Kinder oder Hinterbleibenen überlassen werden kann. Von diesem Gedanken muss man sich dann verabschieden, wenn man vor dem Tod oder wenn man behindert ist, wenn man eine gewisse Zeit Ergänzungsleistungsbezüge ist, dann gibt es eine Rückabrechnung. Ergänzungsleistungen sind Versicherungsleistungen, die vom Bund, der Kantone und letztendlich aus Steuergeldern bezahlt werden, Bedarfsleistungen, die dann zurückerstattet werden müssen. Das heisst auch, wenn man ein Haus verschiebt, dass man hier schauen muss, wie man das macht. dass man sicher ist, dass man auch die Ergänzungsleistungssituation immer ein bisschen im Auge behaltet. Gut, dann sind wir eigentlich fast beim Schluss und ich habe noch die Möglichkeit hinzuweisen. Bei Procap haben wir eine Broschüre herausgegeben über die Ergänzungsleistungen, die kann man einerseits bei uns beziehen für 8 Franken, die kann man auch abgeladen auf unserer Homepage. Dort sind alle Veränderungen drin. Die Broschüre hat etwa 35 Seiten, wo sie lesen können, was auf sie zukommt. Gleichzeitig, wie das ganz, ganz viele Fragen sind, die man nicht weiss, ich sage immer, man kommt nicht auf die Welt und ist Ergänzungsleistungsspezialist, Gott sei Dank nicht. Dann haben wir noch einen Job, kann man eine Gratis-Hotline anrufen, bei Procap, das ist 062 206 88 00, die ist bis zu Weihnachten noch off, jeden Montag bis Donnerstag am Nachmittag von 2 bis 4 und mit Grossanscheinigkeit verlängern wir die bis im März etwa, wahrscheinlich noch nicht ganz sicher, Dienstag, Donnerstag auch von 2 bis 4. Auf dieser Hotline, die gratis ist, dürfen alle Leute anrufen, Einfahrendner, Anfahrendner, Angehörige, Interessierte, Jedermann anrufen, dort gibt es keinen Hinderungsgrund. Ebenfalls stehen der Beistände drin und der Beistände natürlich noch die Revisorinnen der Cash Birstall zur Verfügung, die sind auch erreichbar über die bekannten Nummern, wenn Sie noch Fragen haben. Wir sind am Schluss vom Referat, ich danke ganz herzlich Martin Bolzhauser fürs Kommen und auch der Frau Vickhardt und der Frau Riedow fürs Engagement und wünsche allen dann einen guten Umsetzen von dieser neuen Regelung. Dankeschön. Und an den haben Untertitelung des ZDF, 2020